So sieht es aus, wenn die neueste Kollektion der Designerin des Jahres über die Gänge der Gallery läuft. Gallery, das ist die internationale Fashion-Trade-Show im Areal Böhler in Düsseldorf. Und die Designerin des Jahres ist Octaviana Flatsch. Ich finde, dass mit meiner Arbeit jede Frau ihre Persönlichkeit stärker zeigen kann. Und wir müssen nicht alle gleich sehen und reagieren, nur weil uns die Modeindustrie so in großen Massen gleiche Produkte anbietet. Neue, aufregende Designer zur Gallery zu holen, das hat sich die Messechefin zu ihrer persönlichen Mission gemacht. Mir ist das ganz wichtig, die Jugend da reinzulassen und dem jungen Potenzial, das Potenzial auch auszuschöpfen, was da reinkommt. Gerade auch für die digitale Welt, denn die sind uns um Längen voraus, von denen können wir lernen. Und das ist mir wichtig, dieses gegenseitige Lernen mit der Jugend und auch unsere Erfahrungen mit reinzubringen. Mode muss natürlich nicht nur kreiert werden, sondern eben auch verkauft. Gerade in Zeiten von Online-Shopping ist das für die Branche eine riesige Herausforderung. Besonders für den analogen Einzelhandel. Der kämpft mit den großen digitalen Modehäusern und muss sich verändern, sagt der Branchenexperte Thomas Wetzlar. Also der Handel hat nach meinem Dafürhalten, der stationäre Handel, ein unglaubliches Abgrenzungspotenzial gegenüber dem Online-Handel, durch diese persönliche Beratung, durch den persönlichen Kontakt, durch die Erlebbarkeit von Ware und auch die Inszenierung von Ware. Am Ende wird es vor allen Dingen darum gehen, dass der stationäre Einzelhandel als Erlebniszone für den Endverbraucher wahrgenommen wird. Wie es aussieht, wenn der Einzelhandel Erlebniswelten schafft, zeigen die Italiener von Santa Gross. Sie kamen zur Gallery ohne Textilien, dafür aber mit Delikatessen und Tenor. Und auf der Gallery gibt es noch mehr Rezepte zu sehen, wie Mode Teil einer Erlebniswelt werden kann. Mode steht für sich selber nicht mehr gut. Also man hat häufig heute Concept-Stores, in denen einfach ein ganzes Lebensgefühl vermittelt wird, ein Lifestyle-Gefühl. Und das ist total wichtig für Mode, dass man Mode im Kontext erlebt, auch mit Interior zusammen, auch vielleicht mit olfaktorischen Dingen zusammen, wie sowas wie Duftkerzen oder Raumdüften. Und deswegen haben wir hier so eine Lifestyle-Welt aufgebaut, um das dem Kunden auch so ein bisschen näher zu bringen, um so eine Emotionalität auch in die Mode zu bringen. So schwer dekoriert wie hier wird dann wohl auch das Modegeschäft der Zukunft aussehen. Ein Geschäft mit Erlebnisfaktor und echten Menschen, die beraten und helfen. Untertitelung des ZDF, 2020